So, hallo, hier spricht Peter. Ich bin jetzt in dem Gebäude und es spricht gerade Herr Paul, Herr Achim Paul, Spitzenkandidat der AfD-Inkubins. Und es sind auch ein paar Menschen von draußen hier reingekommen, ähnlich wie ich, nach Taschendurchsuchung und den Sachen. Und Herr Achim Paul hat jetzt gerade gewettert wegen dem Stadtrat, dem ehemaligen Oberbürgermeister Hoffmann Göttich. Und ja, die AfD, sage ich mal, gefällt sich in dem Kritisieren und Missstände benennen. Das hat keinen Eindruck. Ich schätze, es ist nicht ganz so klar, es scheint schätzensweise so viel dazu. Alles gut und bis später. Bis wieder. Ciao, Herr Blauthek.